am gebäude ist aber auch feind infanterie ja aber die läuft ja herr sie kann das problem ist wenn der bm uns aufpickt dann ist es vorbei ja der ist zuerst weg das stimmt ja so verstanden beziehungsweise müssen wir das gebäude zwischen uns und den dingen halten wir lassen unseren haben wie hier stehen das problem okay wir haben die freigabe für einen angriff turtle kommt dann hier und wartet auf uns das heißt wir machen jetzt marsch marsch richtung direkt süd in den wagen die straße ich glaube wir haben das gebäude zwischen uns und dem ding ja jetzt könnten wir halt im schatten vom gebäude ja am wald dran entlang gemeinsam er passt rückt hier wieder mal vorher zwei 30 40 meter ich bleibe eher so straßenseitig ich bleibe eher waldseitig ja ich sehe die ein bisschen rennen auf 190 oben am hügelkamm ja dann halt noch leicht rechts wieder hier überspringt ne wir sollten gas geben bevor die infanterie zurück kommt sagt bescheid wenn wir können ok infanterie jetzt aktuell auf 175 ich schlage vor als nächstes sprung ziel die mauer ja 2 40 ja so einfach steht kreuzi 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 position richte mal übers feld hinweg aus nach 160 eigentlich kannst du auch hier bleiben weil von dort werden die typen zurückkommen check bin auf 160 ok dann kannst du achten halt 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 hinlegen 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 1 auf der straße ja hinlegen hinlegen das wird nicht der einzige sein hinlegen abwarten ja da laufen mehr rum die kommt rein ja einfach abwarten wobei die das dann schalte einfach ordre falls er zu nahe kommt ja ich hab den schalte einfach jetzt ok schalte ihn auf der kommt uns näher ist jetzt vorne an der gebäudeecke aber warten vielleicht entfernt er sich wieder keine sicht ist jetzt an der ecke von dem linken gebäude läuft ums gebäude herum er kommt wieder ach scheiße keine sicht mehr ich schalte ihn jetzt aus na 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 abwarten abwarten nur die ruhe alles ist gut gucken wir was er macht ok gerade ist er hinterm haus kann jemand eben nach 160 gucken ob die infanterie auf dem weg zurück ist kurz über die mauer gucke negativ doch die kommt rein doch die kommt sogar sehr nah 1.40 jetzt ok liegen bleiben einfach einfach liegen bleiben kommt Richtung wald ich halte die rücken wir sind jetzt auch vorne am gebäude anscheinend zumindest noch einer ja infanterie patrouille kommt jetzt an die gebäude einfach liegen bleiben wir haben Zeit tja scheiße jetzt schalt einfach das ist unser panzer ja der soll vielleicht gerade stehen bleiben mhm mhm infanterie hat den panzer aufgepickt steht am gebäude ja abwarten ja ich lasse die den auf den brdm vielleicht den brdm vielleicht äh was soll das für gradzahl war ja 196 200 100 äh von 100 400 hier sind die fernofländische vier dm nehmt den mal raus bin auf dem rechten schützen eins hinter uns nah bereich scheiße liegen bleiben ich bin auf dem rechten schützen 20 meter die 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 ruhe schade äh ach du ausschalten mit weit am gebäude bekämpft sehr gut weitere feindschütze bekämpft kbz zu kurz handgranate raus ich lade kreiswürde gehts gut er gehts gut er gehts gut er ist notwendig abfall ähhhh wir sind eigentlich in einer guten position also wenn du jetzt wegfrenzt zeigst ihnen nur deinen rücken ok ich würde sagen wir nutzen jetzt einfach die mauer hier weg hier weg hier dann aber rauchen ab ab rauchen und weg ja weg rauchen alle dran alle dran alle dran sprung weg alle weh ab ab wir zum im Das hat ein Feuerüberfall gut gemacht. Da ist ja irgendwo unsere Steinmauer. Da beziehen wir eine Position. Das ist eine gute Idee. Da ist ein Kurt. Vielleicht ist da noch einer. Da ist der Kurt. Gehen wir raus zum Hamby. Komm.